Dich finde ich klasse. Das ist wirklich, du bist einfach im Sitzen genauso groß wie ich im Stehen. Echt, wahnsinnig. Was hast du heute Morgen gegessen? Blut, Nägel, was ist los? Kinder? Ach geil. Stehe ich gut hier vorne? Wie alt bist du, mein Freund? 23. 23? Ich bin 27. Wie ging das denn? Was? Gut gegessen. Ja, toll. Geil. Ich habe auch immer aufgegessen. Irgendwie wurde nix. Wie heißt du? Mike. Mike, du bist geil. Ey, wirklich. Du gehst ins Fitnessstudio, gehst trainieren. Du lebst den Satz, Beine wie Keulen, Arme wie Säulen. Das ist Wahnsinn. Mike und die Goldkette funkelt mir ins Auge. Das ist Silber. Von hier sieht aus wie Gold. Echt, Hammertyp. Mike, mit wem bist du da? Mit ihm. Du bist Kumpel von Mike. Genau. Wie alt bist du? 25. Was geht denn bei euch da? Wo kommst denn du her, ey? Aus Neuss. Aus Neuss. Kriegt er da was anderes? Ist da andere Luft oder was? Weißt du? Geil, Mike. Viel Industrie. Duisburg-Marxlo hat das nicht oder was? Ich gucke direkt auf Tissen, Junge. Weißt du? Ehrlich. Ab und zu hat wirklich Staubatmung. Linde, Tissen, alles bei mir und du sagst Industrie. Geiler Typ. Mike, ich hab ne Frage an dich. Ich hab ne Frage an dich. Du erinnerst mich am Kumpel von mir. Deshalb, ich hab ne Frage an dich. Wenn du so ne Freundin hast, ne? Bist du da eher so der dominante Typ? Wartet doch. Oder wenn deine Freundin von irgendwen angesprochen wird, sagst du so, kämpf allein. Wer bist du? Jetzt eher. Was denkst du denn? Schätz mal, woher komme ich? Was ist das denn? Bist erst, bist schon der dominante Typ. Ja, ich bin ehrlich, Leute, wenn ihr mit mir seid, ihr werdet einfach gehauen. Ich bin 1,20 Meter groß, ich hab Arme wie Fahrradspeichen. Als ob ich mich klopp, Alter. Hi Leute, war witzig hier. Guckt euch das an. Hier hab ich gelernt, sind Abonnements. Also kannst du abonnieren. Das sind andere Videos. Kommentare sind auch schön. Und liken. Was tun just du Hund und richtiger haben. Das ist unten. Da witzig.